Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich grüße dich. Heute möchte ich dir ein Zitat mit dir teilen. Und zwar, was man aus diesem Zitat oder derjenige, was er daraus gelernt hat oder umgesetzt hat. Dieses Zitat geht so. Wir jammern nicht, wir finden Lösungen. Dieser Zitatgeber ist Wolfgang Grub. Ich weiß nicht, ob du diesen Wolfgang Grub überhaupt kennst. Wolfgang Grub, er ist deutscher Unternehmer. Er hat quasi diese Marke von Trigema, gehört ihm. Und produziert ja natürlich seine Trigema-Ware rein in Deutschland. Alles, was er herstellt, alles ist in Deutschland hergestellt. Genau, darum geht es nicht. Es geht um eine Lösung. Alle anderen haben in dieser Krise, was wir haben, gejammert. Und Wolfgang Grub hat nicht gejammert. Er hat nach einer Lösung gesucht, wie er quasi trotzdem wirtschaftlich auf dem Stand bleiben kann. Er hat quasi seine T-Shirt-Produktion eingestellt und hat die Mund- und Nasenstoffmasken entwickelt. Und hat gleich die Lösung gehabt. Das heißt, alle anderen haben gejammert. Oh, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Na, was ist jetzt nun? Was ist jetzt mit meiner Arbeit? Oder was ist jetzt mit meinem Unternehmen? Wolfgang Grub hingegen hat nicht gejammert und hat eine Lösung gesucht und auch gefunden. Und die Lösung war nun mal diese Mund- und Stoffmasken, wo er dann quasi verkauft hat. Und warum die jetzt gerade so teuer sind wie zuvor, das ist Angebot und Nachfrage. Guck mal, genauso wie mit den Klopapierholen oder mit den Desinfektionsmitteln, umso mehr nachgefragt wird, umso teurer ist das Produkt. Genau, aber da geht es nicht drum. Es geht um das Jammern und um Lösungen zu finden. Hast du deine Lösung auch schon gefunden? Und was ist deine Lösung? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.